Die RataJagg Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Dorfen, Erding und München hilft ihren Mandanten mit Tatkraft, die immer komplexer werdenden steuerlichen Angelegenheiten problemlos zu bewältigen. Von der Steuerberatung, der Finanz- und Lohnbuchhaltung, dem Jahresabschluss bis hin zu Spezialgebieten, wie etwa der Unternehmensnachfolge mit all den damit verbundenen steuerlichen und finanziellen Entscheidungen bei der Unternehmensübergabe sowie der qualifizierten Beratung von Ärzten und Heilberufen. Stets auf dem neuesten Stand gesetzlicher Änderungen rund um das Steuerrecht zeichnet sich das engagierte Team neben der individuellen und praxisnahen Beratung besonders durch die zukunftsweisende Arbeitsweise aus. Das große Schlagwort lautet Digitalisierung. Wir legen großen Wert darauf, sämtliche Prozesse so weit wie möglich digital abzuwickeln und Papier zu vermeiden. Natürlich in enger Zusammenarbeit und unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche unserer Mandanten. Ob Lohn- oder Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss oder Steuererklärungen, wir nutzen die Chancen der Digitalisierung. Das kommt am Ende ganz klar unseren Mandanten zugute. Für sie reduziert sich der administrative Aufwand und sie haben stets Zugriff auf aktuellste Unternehmenszahlen. Die Digitalisierung schafft Freiräume für die persönliche Beratung unserer Mandanten von Mensch zu Mensch. Mit diesem Konzept wollen wir an unseren drei Standorten mit unserem jungen, motivierten Team in die Zukunft gehen.